so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge stars end jawohl so jetzt gucken wir uns auch schon mal hier warte mal ich habe hier fleisch rein zu packen und lässt also ich habe jetzt mal ein bisschen geschlafen geschlafen wir haben sogar kohle ich habe drei teile leder wieso drei teile das anderes wo hängen geblieben sind auch in der letzten folge strom okay dann hätten wir uns hier das bauen können denn hier achte hier brauche ich ihre brauche das leder hier reinbacken aber das dau brauchen wir jetzt sowieso das haben wir hier baumstämme müssen herstellen ich will doch also zehn stiele ist auch immer wegpacken und vier stöcke wegpacken vier stöcke und zwar da haben wir vier stöcke so wartet mal jetzt hier haben so so ich wollte ich wollte ich wollte ich wollte nicht hau euer sei es leute er hätte hoch naja gut ja jetzt brauchstöcke mehr haben wir noch ich wohne joker palmer bist du alle nicht weg ich brauch dich ach das ist viel zu schnell es ist viel zu schnell ich könnte hier brauchen schießen ja weil ich auch nicht geschossen ich brauche ich müsste nie wieder nach hause und jetzt wasser nicht ich jetzt warum es ist ja gut aber keine chance haben keine chance eigentlich schon die kiste aber schon immer hier soll dafür noch sechs stile aber keine chance schade 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 neen aber feiern in der joker bei mir brauchen joker bei mir da ist noch eins aber gehen chance will ich erst gar nicht machen will ich erst gar nicht machen aber noch keine chance ja das ist gehen doch dahin ja trotzdem erstmal noch eine beime fällen so wie es aussieht ja 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 Nein, oder? Jetzt kommt die. Jetzt, wo ich was bauen will. Wie soll ich nur noch Stiele 2? Ach nee, mehr, mehr. Jetzt kommt die. Ruhig, was bauen will. Pack das mal rein, dann haben wir auch Kohle. So, die Kiste ist schon fertig. So. Ja. Ja, kommen Sie. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Es wird ein bisschen Gesundheit regenerieren. Äh, ja. Schreifen wir uns mal was hier rein. Junge, Junge. Das sind ja bese. Also. Äh, bisschen Gesundheit muss schräg an der Region. Sonst wird das nichts. Ich hänge rückwärts fest. Ich hänge rückwärts fest. Ich hänge rückwärts fest. Ich habe keine Ahnung. So, guck mal. Mal. Ich muss mal schnell ins Wasser rennen. So, wo kommen Sie raus? Ach, da. Ich will es viel. Heute sogar. Ja. Das ist hier herkommt. Ja. Das ist hier herkommt. Das war mein Spiel. Ach. Boah, echt? Oh, echt jetzt. Ja, zum Glück haben wir vorher gespeichert. Hm. Doch nicht so einfach, ne? Das Spiel. Obwohl ich es auch vielleicht stehen habe. Ich hab's selbst… doch nicht so einfach ja ja nicht so einfach ach ja ich hatte ja gespeichert und wir hatte ich da gespeichert wo wir im letzten video aufgehört haben ja ich habe da glaube ich gespeichert bevor ich das video gestartet habe ich ja geschlagen also kämpfen uns jetzt mit denen wenn man jetzt hier das sind jetzt eine antilope glaube die antilope da kämpfen wir uns jetzt nicht damit ab wir basteln uns jetzt gleich eine kiste schon was trinken und das essen ja wir können dass die kurkische reinhauen sparen wir uns das fleisch und noch ein sahen so das fleisch wollte ich reinbacken und jetzt schmeiße ich dann gleich rein das fleisch erstmal rein tun so gut ne joker bei der war hier vorne so wir brauchen stelle zehn stück und stöcke um habe ich da die stämme jetzt mitgenommen man weiß es um sie besiegt schon über das so laut auch nicht noch euch wohne joker bei der club nicht nur aber hier dattelbäume ja dattelbäume sind aber eigentlich brauche ich erst mal bloß bleibt ja eine weile liegen es ist wie es kommt ja nicht also dies kommt nicht gleich wirklich alles ins wasser gefallen wenn ihr mit daraus folgen ist weil ich habe das anfang nicht reingepackt so wir wollen ja auch schon kiste hier rein bläder rein was ist das jetzt hier baumstamm das stock was mich eigentlich wie ein stock nicht so interessiert ist auch hier davon so finden wir das bitte ach jetzt habe ich dir ja ich nehme es lieber aus wir müssen noch lieben machen wir sie ja klein um stecken das nicht da unten wir haben doch das so jetzt brauchen wir noch wie viel stecke wollen dass ein stock noch ein schluck findet man den jetzt hier ohne sich jetzt die baumstelle zu kloppen muss ja ja wohl habe so was ist denn das hier eigentlich holz bett gott schön luxuriös das ist eine trophäe kampf trophäe aus der solen alien kopf ja das baum oder loch also wenn wir mal so einen alien kopf haben dann bauen wir das auch mal gut ist die kiste jetzt fertig so baumstammel sammeln wir gleich die können wir hier reinpacken welchen fleisch ich weiß noch nicht mal was man mit der kohle anfängt die modell gefunden so dass das mal rein dass das das feile feile immer noch die baumstämme ob ich in den jahr und auch hier ist so ein bild dackel die pfeifen uns noch ein lecker 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 das ist ein frosch so fleisch geht man den eigentlich mal jagen und der jetzt ist nicht so einfach es ist einfach es nehmen wir gleich sehr doch noch ja es vorher brennt noch was noch reinpacken es brennt noch gut jetzt könnte man mal gucken herstellen waffen das wird nicht da werkzeuge können wir euch eine medaille werkzeug näher dann müssen wir die baubausen finden mit metall kommen wir ohne sparen wie gesagt hier fehlt uns noch wünschen ein leder so ich glaube wir speichern erste mal so weil eigentlich müsst ihr ja gut wir haben uns viel verbracht den habe ich gesagt ein anti lupin zu rennen wir haben uns noch umgucken genau so lange wie die nicht da sind ja auch mal halt hier noch das fleisch noch reinpacken habe ich mehr fleisch zu essen so lange wie es feuer brennt fleisch reinpacken so lange wie die nicht da sind eigentlich umso mehr fleisch haben umso mehr nahrung nur zarte frosch schenkel rein damit so kommt jetzt ist erdbeben so ja na ja gut und ich kommt dann um uns die kokosnüsse wenn wir da auf tour gehen wochen komme ich ja nicht hoch jetzt ich bin doch gut hallo die werden wir aber nicht zum verzehr machen die wärmer betrinken machen müsste ja sein wenn wir die jetzt immer hacken tun zumal ja daraus trinken können ach gott wie ach menschen warum denn nur schöne aussicht schön aussicht so eigentlich müssen wir euch mal das erdbeben kommen kann man die eigentlich von hier oben abschießen wir kommen ja auch ein pfeil bohren nee kann man nicht schießen nee schade hatte schade 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 hätte ja klappe hätte klappe ja sagen wir mal noch ein paar kokos dinge doch ist es nie treffen hallo einfach nur dran hoppen und dann hochlaufen da brauchen wir jetzt nicht die brauchen wir jetzt nicht wo hatte ich doch acht da drüben ist ja genau naja und das wurde auch frosch ich höre um ja schlöcke noch was wollen das jetzt so haben alle die hochsammeln feuer ist aus aber wir haben wenig fleisch achtmal fleisch so kokosnuss ich bloß mal gucken wenn man die nicht kaputt schlagen auf die wasser bringt so haben wir jetzt 14 stück die wir einsammeln wegen immer noch um wird was eben testen während das erste kommt abbeben das schlägen noch welche weggeholfen also funktioniert das außerstand kontrollieren aus wieder her und ganz gut eine leere kokos lust was heißt das wenn ich die jetzt ablege wenn ich die noch mal kaputt machen ja das ist ja mal geil wird wieder was soll jetzt vor mich rausgefunden ihr wisst das ob wahrscheinlich schon alles auch gut was wird das vor mich rausgefunden so kommt nun das abbeben heute noch oder kommt es nicht ich habe hier noch ein paar polen die nächste das kann ich nicht aus kohle da euch das bau das hier überhaupt geschützt rum wird verwendet um das um den weg zu finden ganz ist es aha mehr macht das nicht aber ich will mal so ein ding aufbauen ja das ist quasi wie unsere basis baum auf das bräuchte sechs baum stämme und vier seile also ein seil haben wir schon mal das auch schon mal hier rein sechs baustellen vier seile ich will mal so ein ding bauen da 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 ja ist gut wird schon ein koppel wort das jetzt ach so ich muss ja schon mal seine hersteller ja ja alles gut nur noch so dicken hinstellen geschützt um kann ich mich da drauf stellen mit die vier angreifen denn hier so hinstellen so hier so und dann da ist wenn ich dabei benutzen ja auf die den zu legen wenn ich wenn die jetzt ankommen hier bei sandsturm so oft doch gott aber da angezeigt aha da jetzt jetzt können wir ausprobieren weil ich will das feuer speichern geht doch schnell speichern speichern wo sie jetzt sind das mal ausprobieren muss man sehen auf die war kommt wenn ich hier oben stehe tut mir leid tut mir leid ich glaube die kommt nicht wenn wir umstehen so wichtig da kommen sie jetzt will ich mal was ausprobieren jetzt gehe ich hoch da geht doch mal hoch bis hoch sind sie weg also funktioniert nicht wenn man hier oben stehen und er hat noch gehen bewandten ist so sind sie denn hat da kommen sie ja oder war ich geben ja 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 so ich wollte nicht ins wasser das steht ja hinter mir oder es war knapp stand hinter mir ich muss erstmal ja bisschen abwege regenerieren das stadt oder hinter mir jetzt noch sagt schon kommt wer perfekt ich muss es kommt nur sandsturm oder wenn ich gut wenn ich glück habe und nur wenn ich glück habe es kommt in der anderen rede ich brauche noch ein bisschen energie alles gut bisschen energie brauche ich noch aber nur ein bisschen ist auch starbisch und jetzt kommt das ansturm auch geil das passt ja alles was ist ja wie eine falsche besuche das ist ja wie faust aufs ohr okay wird uns was auch muss man echt eine kleine hüte bauen auch gut noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht junge junge erlebst ja alles jung wie viel hier unseren sandstrom doch noch euch wohl feiern wo ja 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 vielleicht vertragen die aber ganz schön viele feilen was ja 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 finde ich nie wieder na ja nicht so gut ich würde sagen wir sprechen so lieben ja da würde ich sagen ich bin da komme ich vor zu sehen für eure bedache für auch likes mega daumen und tschüss viel spaß